Das ist eine der besten Geigen der Welt. Sie wurde vor etwa 300 Jahren vom italienischen Geigenbaumeister Antonio Stradivari gebaut. Bis heute hat keiner seine Kunstfertigkeit erreicht. In den Schweizer Alpen sucht Geigenbauer Michael Rohnheimer nach dem perfekten Holz, um eine Geige zu bauen, die den Meisterwerken von Stradivari ebenbürtig ist. Um Erfolg zu haben, stützt sich Michael Rohnheimer auf die Hilfe moderner Wissenschaft. Schweizer Forscher versuchen die innere Struktur des Holzes zu verändern. Sie wollen so ein einzigartiges Rohmaterial von nie dagewesener Qualität für den Instrumentenbau kreieren. Werden die neuen Geigen dem Klang einer echten Stradivari gleichkommen? Diese Stradivari heisst Vera und wurde 1698 gebaut. Eine gute Geige, die macht alles mit. Das ist wie ein Kristall, der funkelt oder ein Diamant in allen Farben. Der Klang einer Stradivari verzaubert seine Zuhörer. Er war einfach ein Genie. Markus Lehmann bekam seine Stradivari, als er 19 war. Ein vielversprechendes Geigertalent, der die Chance seines Lebens bekam, eine der berühmten Stradivari-Geigen zu spielen. Aber nicht jedes junge Talent hat dieses Glück. Eine Stradivari kann von einer halben bis zu drei Millionen Euro kosten. Utopische Summen für einen jungen Musiker. Musik 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 Vielen Dank.